Herzlich Willkommen Freunde zurück zu einem weiteren Fortnite Video hier auf meinem Kanal, euer Whiskey ist wieder für euch am Start und ja Freunde ihr seht schon am Gameplay hinten dran es ist endlich soweit der Raven Skin in Fortnite ist endlich in Battle Royale verfügbar das ganze ist für ganze 2000 V-Bucks zu bekommen im Shop und der Hängegleiter kostet 800 V-Bucks so wie ich gesehen habe der Rucksack ist natürlich mit dabei im Paket das heißt wenn ihr den Skin für 2000 V-Bucks erhaltet oder kauft habt ihr automatisch auch schon den Rucksack mit dabei Freunde ja ich habe diesen Skin so gefeiert ich war so overhyped bis der Skin kommt und ja es ist endlich soweit am 6.04. um 2 Uhr morgens war es denn endlich mal soweit dass der Skin freigeschalten worden ist wie gesagt 2000 V-Bucks kostet der ganze Skin plus 800 V-Bucks noch der Hängegleiter den ich mir auch noch bald holen werde der ist letztlich leider nicht in meinem Gameplay zu sehen aber in den nächsten Gameplays wird er auf jeden Fall mal zur Präsentation kommen Freunde und ja dann gibt es halt noch wieder ganz kleine Formationen zu dem neuen Update Fortnite bzw. Epic Games hat sich dazu entschlossen die Updates nun so rauszuhauen dass alles erstmal serverseitig gemacht wird das heißt durch die kleinen Bugfixes wie dass die Waffe mal verschwindet oder man nicht richtig treffen kann sprich die Hitbox wird dadurch verbessert wird halt in der nächsten Zukunft das Update in der Planung sein also sprich neue Inhalte und so werden halt wöchentlich mal freigeschaltet die machen praktisch dann so ein großes riesen Update voraus und die werden das dann jede Woche am Dienstag oder Donnerstag halt dann mit also via serverseitiges Update dann freischalten Freunde so das war es eigentlich schon mit dem eigentlichen Thema um was es hier ging es ging ja hauptsächlich um den Raven Skin den ihr jetzt im Shop erhalten könnt Freunde und jetzt noch eine ganz kleine Information für euch ihr wisst ja eigentlich Bescheid dass ein kleines Gewinnspiel auf meinem Kanal läuft vergesst dabei nicht ihr müsst einfach das Video kommentieren liken Abonnent sein und mitmachen Freunde dann seid ihr vielleicht der glückliche Gewinner eines Rette die Weltcodes macht bei dem Gewinnspiel mit Freunde ich bedanke mich auf jeden Fall bei der ganzen Community seid wirklich die Besten und ab hier klicke ich mich raus Freunde ich wünsche euch noch viel Spaß in Fortnite bis zum nächsten Video euer Biscay verabschiedet sich vielen Dank lasst ein Dörmchen nach oben da wenn euch das Video gefallen hat Ciao Super Unsinn LOL der Win zählt für uns nicht